Nicht, dass die Leute aufhören zu essen und zu trinken, das ist nicht entscheidend, das ist nicht der Punkt. Begriffe wie Lichtnahrung verstehe ich überhaupt nicht, weil wir keine Pflanzen sind, sondern eben Menschen. Also 60 Jahre ohne Wasser und ohne Essen und ohne Energie, das glaub ich schlicht und einfach nicht, das ist denkunmöglich. Wenn du eine Kartoffel isst, hast du eine Verstoffwechselung des Lichts, keine Rieselkartoffel, und das Grobe scheidest du wieder aus. Bitte, wo nimmt er seine Energie her für das Herz, für die Leber, für die Atmung? Wie hören wir es dir echt, das Licht? Ich brauche einfach keinen Stuhl mehr. Also ich habe diesen Lichtnahrungsprozess gemacht im Januar 2001. Und seitdem habe ich nichts mehr gegessen. Es gibt eine richtige Tradition diesbezüglich von Menschen, die ohne Nahrung leben. Dann dürfte keiner mehr verhungern. You may require 40 years of meditation experience before you can get to the point where you can do this. Well, if you're starving to death, you don't have a chance to spend 40 years meditating. It's too late. The mind is capable of producing effects. And that's mind-blowing. Möglicherweise gibt es da etwas. Projektes. Antwort. Corona La La La